aber es macht ja spaß einfach für mich ich weiß nicht ob es spaß macht zuzugucken wenn ich die ganze zeit drauf gehe das hast du nicht gedacht okay jetzt kapiert wenn es dort ist spring vorher dachte ich immer das sei egal auf welcher seite es ist aber ist natürlich nicht nein irgendwie will ich immer die feuer machen stattdessen wirklich immer die renntaste frage ist muss ich da wieder einsammeln ich glaube nicht aber ich meine was wäre ich denn für ein spieler wenn ich davon mich besiegen lassen das mache ich jetzt echt ich wollte nochmal das kriege ich hin wenn das was auch immer achtjähriger hinkriegt dann krieg ich das auch ich meine so schwer ist dich halt die fresse witzig ist dass ich immer mehr geld damit kriege also bringt mir leider eher wenig so eigentlich mache ich jetzt mal was ich weiß das ist ineffektiv hier zu kaufen aber mir jetzt auch egal ich bin ja schon so in objektiv dass ich das noch verbessern kann hält das immer bis ich sterbe oder wie ist das weil ich habe gerade noch mal gekauft mit den doppelt dingster darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet ja stimmt jetzt sehe ich auch deswegen bin ich auch vorher gestorben weil jetzt bewegen sich alle und ich halte mich nicht an meiner eigenen regel okay ich mache es nicht noch mal irgendwann würde ich das hinkriegen aber ich erspare es euch wir gehen einfach nur mal weiter so ich habe hier das system nicht ganz speicherst dort nachdem du das schon eingesammelt hast aber naja ja ich wollte nie was das war habe ich jetzt einfach mal gemacht ich finde das eigentlich sieht das ganz cool aus so den doppelsprung mag ich ich sehe wieder nichts jetzt ganz ruhig nach vorne ohne sterben leichter gesagt als getan für mich was schießt denn aua ja ich hätte es mir denken ich meine hier also was mache ich jetzt gegen dich weil das war mir glück als verstand aber es hat funktioniert gut gut zu wissen dass sie mir nie beigebracht haben das was ich eigentlich brauche und ich jetzt so nicht weiß was ich machen muss ich bin jetzt komplett verlaufen äh hatte ich mal einen Wegweiser man die Plattform bewegen die Plattformen sich ich kapiere das nicht wie auch immer du bist hilf mir Thanks for rescue me Spyro My name's Blink Blink the mole A mole huh? Do you know the professor? What? You think cause I'm a mole I must know every other mole in the world Genau I'm just kidding you The professor is my uncle He built me these gloves to give me special abilities on exploring underground Yep I bet I'd make a great sidekick If it weren't for my fresh airophobia Fresh airophobia? That's right I actually have a fear of not being trapped deep underground I know It's kinda weird So How about I dig a hole and do some exploring Yeah Okay Warum nicht Ich bin grad komplett Confused Ja Ich wollte eigentlich Hilfe haben aber Ich hab gerade Das ein bisschen verpennt Ja Also langsam verstehe ich auch schon wie man springt Man Der Typ confused mich Jetzt erinnert mich auch Okay Ja Oh Ja Interesting Interessant Wie Ich versuch' nicht immer alles zu schlagen Was man aber wissen sollte ist, dass ich eine echte Phobie habe. Nämlich eine Spinnphobie. Das hier ist nicht Spinnphobie. Äh. 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 Genau. Was auch immer. Ich winger da durcheinander. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Waaan. Hei. Lass mich in Ruhe. Ich hab heute noch nichts getan Also nicht viel getan Ich bin immer noch komplett durcheinander Wo ich bin und was ich hier gerade tue Aber Ich glaub das ist der Sinn der Sache Wie kann ich das er so schwingen kann? Ist das eine Plattform? Ja es ist eine Plattform Plattform Nein Du bist eine böse Plattform Ich mag dich nicht Ich mag böse Plattformen nicht Böse Plattformen Nerven mich sehr So verflogen auch mal sehr Der Typ ist außer Mode Das muss ich einfach mal gesagt haben Ja 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 Ich hasse dich Du böse Plattform Oh mein Gott Ah ok Das hat mir natürlich keiner vorher gesagt Dass ich auch Dort dran hängen kann Statt um drauf zu stehen Irgendwie hätte ich mir sowas denken können Ja ich weiß Ich mach das hier gerade in Rekordlamsamszeit Das muss bestimmt ziemlich langweilig anzugucken Aber ich bin halt nicht so gut Ich bin halt eher Äh Äh Schlecht Kannst du das werfen Okay endlich Jetzt Hier das Und dann Weg Und dann Boom Und dann haben wir drei zerstört Und dann Das war eigentlich glaube ich hier oben Auch alles Und dann Wollte ich eigentlich nochmal dort hoch Oder auch nicht Ich wollte da nämlich drauf Ich bin immer noch komplett durcheinander Aber wir machen Fortschritt Bewegst du dich oder nicht? Scheint nicht Aber du bewegst dich Oh mein Gott Fertlark 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 Oh, ich dachte, ich muss das jetzt alle normal machen. Ich wäre ja verrückt geworden. Mein Gott. Das ist ja voll das Psycho-Spiel. Also, Psycho anstrengend schwer. Ah, jetzt habe ich sie verpasst. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ah, das... Alles... Okay. Versuch Nummer 333. Aber diesmal echt jetzt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.